Die Digitalisierung ist bereits in viele Bereiche unseres Lebens vorgedrungen. Neue digitale Technologien beeinflussen die Art und Weise, wie wir uns informieren und miteinander kommunizieren. Auch die Bedürfnisse und das Konsumverhalten des Kunden werden zunehmend durch die Digitalisierung verändert. Der Kunde von heute nutzt ganz selbstverständlich digitale Alltagshelfer. Immer mehr Produkte und Dienstleistungen sucht und bezieht er bequem online. Dabei erwartet er einen grenzenlosen Zugang zu maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen, hohe Verfügbarkeit und individuelle Unterstützung und die schnelle und anwenderfreundliche Lösung seines Problems. Gleichzeitig bringen digitalisierte Branchen häufig neue Wettbewerber, veränderte Wertschöpfungsketten und Margen hervor. So entsteht ein zunehmender Wettbewerbsdruck für traditionelle Unternehmen im Markt. Um dem Stand halten zu können, müssen sie sich auf die veränderte Marktsituation einstellen und an die neuen Kundenbedürfnisse anpassen. Je besser es ihnen gelingt, desto höher sind ihre Chancen am Markt. Schön und gut, denken sie sich. Aber was bedeutet die Digitalisierung für meinen Handwerksbetrieb jetzt genau? Durch den Einsatz innovativer Softwarelösungen können sie beispielsweise spielend einfach ihre Geschäfts- und Kundenprozesse digitalisieren und Einsparpotenziale erschließen. Oder sie sparen viel Zeit, Geld und Nerven, indem sie intelligente Informations- und Kommunikationstechnik in ihren Arbeitsalltag integrieren. Gehen sie noch besser auf die Wünsche ihrer Kunden ein, indem sie zum Beispiel einen Online-Konfigurator auf ihrer Website einrichten. Nicht zuletzt kann ihnen der Einsatz von innovativen Technologien dabei helfen, neue Geschäftsideen und Produkte zu entwickeln. Die Digitalisierung eröffnet ihrem Unternehmen neue Potenziale für Wachstum und sorgt dafür, dass sie wettbewerbsfähig bleiben. Das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk unterstützt sie auf ihrem individuellen Weg ins digitale Zeitalter. Unser Expertennetzwerk beantwortet alle ihre Fragen rund um die Digitalisierung des Handwerks. Hier können sie sich über digitale Anwendungen informieren und vor Ort testen. Worauf warten sie also noch? Investieren sie jetzt in ihre digitale Zukunft.